So, du reist jetzt wohin? Hier lang, siehst du mich? Ja, ja, steh dich. Ne, ich wollte wissen, welche Quest. Äh, irgendeiner, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ach, guck mal, haben wir mein Let's Play gesehen? Kennen wir den Schleichweg? Äh, Wachen, ja, normal. So, hier lang muss ich. Das ist Wachen retten. Wachen retten? Fünf Stück, ja. Fünf gefangene Wachen befreien. Ach, die hab ich auch noch, guck mal. Hast du die noch nicht gemacht? Wachenweg, nein. Ja, dann. So, und hier müssen wir auch 25 Orks klöppeln. Aha. Aber denk dran, die sind stärker. Oh ja. So. Jetzt nichts mehr hier mit eier Schaukeln, ne? Ne, nicht so wirklich. Okay. Oh, das ist gut. Die kriegen wir beide gut geschrieben. Mhm. So. Na, geht doch recht fix hier. Okay, dann. Hier kriegst du auch viel Pfeilinsignien. Ähm, die kannst du sammeln. Dafür kannst du dir bei dem Händler am Turm Sachen holen. Zum Beispiel? Klamotten, oder? Ne, da kannst du dir seltene Gegenstände dafür holen. Ah, okay. Aber das ist dann random. Du kriegst nur einen Beutel. Und aus dem können dann die verschiedensten Sachen rauskommen. Oh, was haben wir denn hier? Ach, die müssen wir befreien hier. Guck mal. Geisterhaftes Geräusch abgeben. Ah, okay. Scheiße. Kriegst du mich da auf der Fresse, ne? Ne, ne. Ich bin nur eben noch schnell aus dem Roten Kreis entkommen. Achso. So. Was ist denn das? Was haben wir da denn? Eine Halskette. Ich mach einfach Gier. Ja, ich auch. Sieg. Das ist ja wohl ein Glückstag. So. War mal lange fällig hier. Huch. Komm, chill erstmal eine Runde hier. So. So. Weg mit dir zur Seite. 50 Ochs getötet. Na, guck mal. So. Ist mal das Looten hier. Was haben wir da? Ach, die müssen wir ja befreien. Zwei Handkämpfer. Kriegt nichts. Hier, schau mal. Bis mal befreien. Ja, genau. Aha, okay, okay. So. Hast du die Quest eine Trickreise? Ne, die hab ich noch nicht. Was denn nicht? Warte mal. Ich guck mal, ob wir die teilen können. Weil die können wir hier nämlich auch machen. Weißt du, was das Problem ist? Teilen. So. Nein, nein, nein. Kann nicht geteilt werden. Schade. Genau. Weißt du, was das Problem ist? Wenn du die teilst, dann muss ich die später nochmal machen. Bis. Ja, das war ja letztens das Problem, das mit dem Rattenloch, ne? Ja, genau. Ich musste die nochmal machen, aus dem Grund, weil du die damals geteilt hast, ohne dass ich die angenommen hatte. Ach so. Deswegen muss ich die, hab ich die quasi, ich hab die geschafft, aber als ob das deine Quest wäre, nicht meine so, weißt du? Ich hab dir dann so gesehen, hab ich dir nur geholfen in der Quest. Ja. Und da muss ich die aber für mich selber nochmal machen. Das heißt, wir müssen die von Anfang an beide haben. Ganz genau. Okay. Das nimmt man halt dran. Ja, das mit dem Scherr ist quasi nur, wenn du jetzt jemandem helfen möchtest. Ach so. Das gilt aber nicht für dich, dass du die dann für dich geschafft hast. Ah, okay. Deswegen war das mir seltsam, sowieso habe ich die Quest nicht bekommen, damals, weißt du? Ja, klar, hab ich auch nicht dran gedacht. Boah, was war denn das jetzt? So. Hast du gesehen, wie... Oh, guck mal, Hundis! Wo? Hundis! Meint der Hundis. Das sind jetzt schon richtige Werwolfi hier. Nein, das sind Hundis, die wollen nur spielen. 25 Augstöten erledigt. Erledigt. Dito. Na, wunderbar. Ja, dann müssen wir aber später nochmal her, wegen der Quest mit dem geisterhaften Geräusch. Aber die muss man hier machen. Äh, wie viel hast du jetzt schon befreit eigentlich? Zwei? Zwei. Ja, ich genauso. Na, wunderbar. So, wir werden mal gucken, haben wir da hinten noch was? Ich sehe hier was. Ach, guck mal, genau ins Lager reingesprungen hier. BAMS! Oh, guck mal, die können den Feuer sogar brennen. Also das war jetzt mies von mir. Was denn? Hier war einer, der hat die ganzen Monster erledigt und ich hab dann einfach den Typen befreit. Was ist ein bisschen mies, ja. Ja, jetzt hier nochmal die gleiche Sache abgezogen. Dafür hat er mir jetzt den Gegner vor der Nase weggekloppt. Hast du jetzt auch vier, oder? Äh, genau, ja. Ja, hier ist der letzte. So. So. Ich hab mal ein bisschen verfrischen Wind in der Sache hier. So, ich hab meine Tagesfertigkeit schon wieder ready. Sehr schön. Yes. Da geht's, da geht's, alles Geld, alles Geld, alles Geld. Und befreien wir diesen armseligen Soldaten. Ja, vor allem armselig. Okay. So. Quest erledigt. Okay. Das mit dem geisterhaften Geräusch, die mach ich jetzt nicht, die Quest. Wartst du, bis ich die habe, wa? Ja, genau. Okay. Ich hab jetzt bisher gerade einen. Sonst, äh, müssen wir die mehrfach machen. Genau. Ja, das ist, das ist ja die Scheiße, wenn du die scherst. Ich krieg die Quest zwar zum Beispiel, aber dann muss ich die im späteren Spielverlauf wieder machen. Ja, vielleicht fixen sie das in der, äh, ähm, in der offenen Version dann. Im Moment sind wir in der Open Beta. Vielleicht fixen sie das in der Endversion dann. Ähm, nein, wir sind schon in der, äh, offenen Version. Seit ein paar Tagen schon. Was? Ist dir das entgangen? Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ich glaub am 21. oder 20. irgendwie sowas. Ah, okay. Ja, ja, weil genau danach musste man ja so ein fast 1 GB, äh. Ja, ja, ein megagroßes Update. Ja, ja, genau. Genau deswegen war das. Ah, okay. Und seitdem sind ja auch alles synchronisiert. So, wie viele Siegel hab ich denn hier? Warte mal, mal gucken hier. Ach, da unten. Vier Stück. Ja, da kann ich mal viel kaufen von hier. Siegel des Löwen. Ich merke gerade, ich bin Level 11. Öh, das ging ja mal fix hier. Ja, wa? So, können wir mal alles verhökern hier. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. So. Okay. So, ich hab auch fast Level 12 jetzt. So, wo musst du jetzt hin? Jetzt müssen wir hier lagen. So, warte mal. Ich kann mir noch schnell zwei Quests rausschmeißen hier. Zerstörte Barrikaden. Uh. Die hast du, glaub ich, auch schon. Äh, die dürfte ich schon haben. So, und Level 12. Siehste? Gratzi. So, merci. So schnell geht das hier. So. So kann's weiterlaufen. Ähm. Wo muss ich denn noch hin? Da hinten. Feuerkäfer. Okay, ja gut, ich geh jetzt erstmal dir nach. Gucken wir jetzt erstmal fertig. Ich hab neue Freischaltungen erhalten. Wird nicht mehr so lange sein, denk ich mal, bis wir die auf dem gleichen Stand jetzt sind. So, neue Kraft haben wir. Okay, gucken wir mal. Was haben wir denn Neues? Die zweite Daily hab ich noch gar nicht frei. Okay. Dann, werten wir hier mal auf. Zack. So. Boah, geil, ich hab so eine Skill, dass ich irgendwie so in einen Berserker-Modus gehe. Dann schlägt er wie wild drauf. Ah, okay. So, Talente noch. Neue Aufgabe der Händler. Ach, jetzt geht's mit Auktionshändlern los. Ja. Also, okay. So. Okay. So. Ja, das mit dem, äh, dass ich die Gegner in der Luft aufhängen kann, das hab ich auch letzten Level bekommen. Also auf Level 11 dann. Konnte ich das dann auch auswählen. Okay. Ganz interessant. Auf jeden Fall. So, was haben wir da? So, Quest abgeschlossen. Verlorene Nachricht. Oh, die hab ich, die hab ich auch. Die Quest hast du auch schon? Verlorene Nachricht, ja. Ah, ich hab nämlich gerade, äh... Ach du Scheiße, hier ist ein Riesen-Monster. Das ist ein Riesen-Org. Oh ja, ich glaub, hier brauchst du deine Hilfe. Glaub ich, weißt du? Das ist ein Ogre sogar. Ah ja. Herr der Ringe lässt grüßen. So ungefähr, ja. Den legen wir erstmal ein bisschen auf Eis hier. So. Jawoll. Machen wir erstmal die kleinen weg hier. So. Und... Zack. So, erstmal in die Luft gehängt. Ach, geht bei dem gar nicht, verdammt. Doch, doch. So. Komm schon. Und da lebt. Siehst du, der lässt schön viel Geld fallen hier. Ich mach mal auf Gier. Weiß gar nicht, kann ich das brauchen überhaupt? Glaubenskleriker, kann ich eh nicht benutzen. Ach so. Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet, welche Klasse das war. So. So, und dann wären wir wieder draußen. Da ist noch eine Küste, merk ich gerade. Ja, das schriftet die Nachricht sein. Ah ja, genau. Na wunderbar. Sehr schön. So, was hast du jetzt noch für Quest? Äh, hier... Warte mal. Ach so, hier ist noch einer. Wenn so eine Lake... Krämer Platz. Feuerkäfer hat er mir jetzt gegeben. Feuerkäfer, warte mal, hab ich die fertig? Ja, die hab ich schon fertig. Musst du sechs Feuerkäfer einsammeln. Äh, ja. Warte mal eben. Die Dale machen wir mal raus, so. Ja, ich muss zu den, äh, also quasi die Quest jetzt wieder abgeben. Mhm, okay. Ich hoffe, dass wir dann mal... So, Zaki, was willst du denn hier? Ach so, noch eine Sache, die mir aufgefallen ist in dem Spiel. Nur der Gruppen-Party-Leader kann quasi die Questen, äh, markieren. Okay. Also du kannst das jetzt machen. Wenn ich jetzt den Party-Lead hätte, dann könnte ich das machen. Aha, okay. Deswegen hatte ich auch letztes Mal dieses Problem, wo ich dir gesagt habe, ich kann die, äh, die Questen quasi nicht markieren. Okay. Anfrage-Modus. Ach so. So, hier lang. Beutermodus. Hm, okay. Ich kann jetzt aber auch nichts einstellen, irgendwie mit einem Quest markieren oder so. Nee. Ich glaube, das ist auch so vorprogrammiert oder so. Naja. Oh, da können wir jetzt mal ein Patch. Wird gerade runtergeladen. Ja, der zwischendurch mal so ein paar kleinere Worte mit runterlädt. Gut. Lager der Neuerwinterwache. Du solltest theoretisch aber noch die Quest mit dem Turm bekommen. Vielleicht jetzt hier, mal schauen. Nee, hier im Lager kriegst du den nicht. Ich schau mal jetzt, warte. So, bei mir steht jetzt auch gerade einen kleinen Patch runter. Ähm. Lager deine Everwinterwache. Genau. So. Hier warst du schon mal, oder? Nein, hier war ich noch gar nicht. Ach so. So, ach so, halt so rum annehmen. So. So, abgeschlossen. Neue Quest. Och, hier gibt's aber ein paar neue Quests. Mhm. Jagd den Reliktien. So. Okay, da hinten ist noch eine. Guck mal, zum Beispiel, ich kann ja jetzt hier nicht die Quest mit dem Feuerkäfer auswählen, aber weißt du noch, wo die waren? Die siehst du auf der Karte, wo die sind, die Feuerkäfer. Aber du kannst dich nicht mehr erinnern, wo... Ach so, ja, okay, jetzt sehe ich die. So. Da ist noch eine... Ach so, noch eine Quest, da nehme ich direkt auch mit an. Hm, wo ist er denn? Sicher? Ach da. Grundwählen. Ach so, ich kann die nicht auswählen, weil ich bestimmt noch Level 11 bin. Hm, okay. Wie viel fehlt dir denn noch auf Level 12? Ähm. Grob ein Viertel, würde ich mal sagen. Mhm, okay. Also ich bin auch von 60 Prozent, sowieso. So. Ja gut, dann sollten wir das mit einer Quest schon haben, ne? Theoretisch. Ja. So, ich wollte jetzt eben diese Feuerkäfer erledigen. Ja. Ja, siehst du, wenn du die abgegeben hast, dürfte es mal schon auf Level 12 sein. Dann dürfen wir das schon haben. Ja, denke ich auch. So. Bin mal gespannt, wenn ich 10 Insignien zusammen habe. Was wir da dafür kriegen dann? Äh, 10 was? Vielfaltinsignien. Was ist denn das? Das sind so Abzeichen, die kannst du einsammeln beim drüberlaufen. Ach so. Die kannst du dann in dem ersten Lager, wo wir waren, abgeben. Okay. Oh, yes. Hast du da noch keine bisher? Ich hab nie wirklich drauf geachtet, ehrlich gesagt. Musst du gerade mal im Inventar dann gucken. Okay. So, wir brauchen wieder ein paar Gegner mehr, sonst lohnt sich meine Ultifähigkeit nicht mehr, meine Tagesfähigkeit. Ja, genau. So, ich bin jetzt in dem Kreis, wo diese Käfer sein sollten. Musst du gerade mal im Inventar gucken, dann wenn du mal kurz Luft hast. Ja. Wegen deinen Insignien, ob du die auch hast. Würde mich jetzt gerade mal interessieren, ob du die auch schon sammelst. Okay, mach ich jetzt gleich. So, das machen wir kurz und knackig hier. Und dann. So, was haben wir da feines? Praktischer Magier. Na, bin ja mal gespannt. Das ist für dich, ne? Ja, genau. Mach ich direkt passen. Was ist denn das für so? Na, was willst du denn, Dickerchen hier? Und boah! Ich liebe diese Fähigkeit. Ich habe noch eine andere Daily-Fertigkeit. Die haut auch ziemlich Damage rein. Das Problem ist, sie hat eine saulange Vorbereitungszeit. Ja? Also, die muss ich erst vorbereiten, bevor sie dann raushaut. So, warte mal, wo waren das hier? Wo waren die Fähigkeiten? Ach so. Weißt du schon gar nicht mehr hier. Was ist das, wenn man drei, vier verschiedene MMOs zuckt? Da verliert man den Überblick. Ja, das stimmt auch. Da muss ich dir recht geben. So, Glaubensklärer kann ich nicht brauchen. Mach ich einfach auf Gier. Kräfte, so. Hier, die Singularität war das. So. Wo ist er denn da drüben? So, ich dachte hier jetzt Käfer wären irgendwie jetzt Gegner gewesen, aber die muss man ja aufsagen. Relikte hat. Endet in elf Minuten. Hast du die Quest auch? Welche? Relikte hat. Nee. Ach so, dann hast du die noch gar nicht bekommen, okay. Die hast du bestimmt gerade bekommen, bei diesen einen da. Ja, ja. Warte mal, dann breche ich die nochmal ab, weil das ist wohl eine Time Quest. Aha. Die hat sich wohl auf Zeit. Aber die kann ich ja wiederholen dann. Ja, genau. So. Du musst dir jetzt die anderen Käfer hier verdammt. Du musst dir da unterwegs einsammeln. So, ich mach in der Zeit hier mal ein bisschen Damage. Okay. Hast du ein Arcana-Paket? Weil hier ist nur so eine Dings... Ja, 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 ich hab Arcana-Fertigkeit. Ja, dann kannst du hier kommen, wenn du mich siehst. So. Ach so, genau, ja, dahinter dir. Zwei Gegenstände. So, dann haben wir nochmal Arcana. Zack. So. Ähm, bist du Zweihandkämpfer, oder? Ja, genau. Ah, warte mal, dann hab ich vielleicht was für dich. Oh, das hört sich gut an. Ähm, Schildhand. Schildhand? Ja. Also, so heißt die Waffe. Nee, das ist für den Platz Schildhand. Ähm, ich glaub aber, ich benötige zwei Hände dafür. Also, für die Waffe. Nee, das ist ein Schild. Ach so, für die Waffe, wo du jetzt gerade hast. Genau. Okay. Also, Schilde, ich weiß gar nicht, ob ich... Ich denke, ich kann aber keine Schilde auslösten. Weiß ich nicht. Weil ich Zweihänder bin, weißt du? Ja, nee, der Zweihänder, äh, wird ja dafür sein, dass du Zweihandwaffen tragen kannst. Aber nicht muss. Nicht muss, nee. Ja, dann müssen wir dann gleich gucken. So. Aber ein bisschen widerspenstig hier. So. Soll mal ein bisschen abkillen hier. Ich finde die Skill so geil, ne? Ja, hat was. Als würdest du den so in den Hals so halten, so quasi. So, drei Käfer fehlen mir noch. Drei Käfer fehlen mir noch. Nee, Quatsch, einer nur noch. Einer. Einer? Ja. Nur noch einen. Na, das wird das doch langsam hier. Spell-Scared-Kommandant. Aha. Huch. Der tut aua. Ah, und ich sehe den schon. Ich sehe das. Der will ich mit mir spielen hier. Nee, nee. Ich bin wieder spätzig. So. Ach, die Sau, ey. Oh, die Sau. Treff mich doch, treff mich doch, treff mich doch. Hö, hö. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz gucken, wie ich das abgeben muss. Was hat der Fall gelassen? Fünf Kupfer. Na, super. Äh, Krämerplatz im Turnviertel. So. Da auch noch nie. Riftel-Fahrzeit. Ach so. So, wo müssen wir denn hin? Äh, Riftel-Fahrzeit. Hm? Wo soll das sein? Ähm, keine Ahnung. Was? Ja, das blöde ist, weil ich die ja nicht auswählen kann. Weißt du, kann ich ja nicht sehen, wo die ist. Ach so, warte mal, das können wir doch mal ändern. Äh, so. Jetzt müsstest du auswählen können, normalerweise. Hast du mir ein Lied gegeben? Ja, du hast jetzt Gruppenlieder. Jetzt solltest du das auswählen können. Ja. Kann ich auch jetzt. Und du hast Besuch. Oh!